Oh mein. Bombe. Dringende Neuigkeiten. Kontroverse. Werder bestätigte eine bombastische Neuigkeit bezüglich eines Transfer. Die Fans waren begeistert von dieser Nachricht. Du wirst nicht glauben. Aber bevor ich diese Neuigkeiten mit Ihnen teile, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie diese Neuheit nicht verpassen, denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen. Der SV Werder Bremen hat offenbar ein millionenschweres Angebot für Ilja Gruff abgelehnt. Laut Bild wurden für den 23-jährigen defensiven Mittelfeldspieler 4 Millionen Euro geboten. Um welchen Verein es sich handelt, verrät der Zeitungsbericht nicht. Die Grün-Weißen sollen das Angebot abgelehnt haben. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. 2015 wechselte der Bulgare als Sohn von RW Erfurt in die Bremer Jugendabteilung. Der Linkshänder bestritt bisher 61 Spiele, ein Tor, für die Profimannschaft. Gruff hat es seit 2022 geschafft, seinen Marktwert von 1 Million Euro auf 3 Millionen Euro zu steigern. Im zentralen defensiven Mittelfeld ist die Konkurrenz beim SVB hart, zuletzt wurde der Belgier Senelünen, 24, von Union SG verpflichtet. Gruff hat bei Wieser einen Vertrag bis 2025, 2022, 2023 startete er 18 Mal in der Bundesliga. Hallo Werder Bremen Fans, war das Angebot eurer Meinung nach niedrig oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.